Hallo, mein Name ist André Hiller. Ich bin 1985 geworden. Ich angel nun seit meinem 11. Lebensjahr. Aus Schlesio Wels seit ca. 18 Jahren. War zwischenseitig auch mal in Italien als Guide für 14 Monate. Ich bin danach wieder zurück. Meine Hausgewässer sind hier der Neckar. Ab und zu mal der Rhein. Meine PBs sind in Italien bei 2,53 Meter. Hier in Deutschland sogar bei 2,56 Meter. Jetzt freue ich mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit Jensi. Da wird richtig was auf euch zukommen. Jetzt möchte ich euch schon mal hier was vorstellen. Und zwar das ist die Siluro Spezial Rig Tasche. Die Aufmachung finde ich schon mal ziemlich geil. Hier habt ihr 10 Starrfächer für verschiedene Rigs. Sehr groß. Das finde ich persönlich ziemlich gut. Da dann zum Beispiel eure Monofahrfächer nicht ganz so eng gewickelt werden. Dann ist der Nahr auch nicht ganz so verkräuselt. Finde ich cool. Und hier habt ihr noch Platz für Vorfachrollen oder was ihr auch sonst noch reinpacken wollt. Was ihr so dabei braucht. Für mich ein geiles Teil ist bei mir jetzt immer dabei. Top.